Herzlich Willkommen im Rheinland-Park Hotel. Mein Name ist Nela Antonsen. Eigentlich stehe ich hinter der Loge. Heute aber führe ich Sie auf dem Weihnachtsmarkt, denn es ist Vorweihnachtsstimmung. Schon sind wir da, der Christkindertsmarkt Baden-Baden. Wir sind in den Kolonnaden. Es geht Richtung Chorhaus. Die Stimmung beginnt, es wird Abendwärmung. Fantastisch! Das war die Tour um den Weihnachtsmarkt. Wir haben, glaube ich, alles gesehen. Die Maronen sind leer. Mir ist fürchterlich kalt. Ich werde mich jetzt aufwärmen. Kommt doch mit, bis zum 30. ist der Weihnachtsmarkt noch hier geöffnet. Viel Spaß und frohes Fest!